jo leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen video und ja in dem heutigen video möchte ich euch mal zeigen wie ihr ganz einfach den elektro schocker in die open lobby bekommen könnt ja dafür braucht ihr einfach nur einen job den müsst ihr euch markieren den link zum job werde ich euch in die video beschreibung verlinken ja wenn ihr euch den markiert habt dann geht ihr einfach auf jobs auf jobs spielen auf markiert und dann geht ihr auf dead matches und dann sucht ihr euch den job standards raus so wenn ihr nur im job menü drin seid dann geht ihr einfach nur auf waffen und dann müsst ihr nur auswählen im besitz und aufnehmbar und ja jetzt lade die entweder einen freund ein oder irgendeine random person das ist ganz egal ich werde in diesem fall einfach ein freund einladen so ist der freund denn nun bei euch drin dann könnt ihr den job ganz einfach dann starten so wenn der job dann gestartet hat dann braucht ihr einfach nur noch das waffenrad auswählen und ja wählt euch dann da den elektro schocker aus und ja jetzt müsst ihr nur noch um die zehn sekunden ungefähr durch den job laufen ist aber wirklich ganz wichtig dass ihr euch den elektro schocker auswählt weil sonst wird es nicht funktionieren so das wird reichen von der zeit dann ja wie gesagt wählt euch einfach aus dann geht ihr einfach dann aufs handy und tut den job übers handy einfach verlassen und ja wenn ihr jetzt in der open lobby spawnt dann werdet ihr sehen dass ihr den elektro schocker dann in der hand habt soll das nicht der fall sein dann müsste einfach nur aufs waffenrad gehen und euch den elektro schocker dann so auswählen weil ich noch vergessen habe zu erwähnen der glitch ist nicht lobby übergreifen das heißt sobald ihr die lobby verlassen tut ja dann habt ihr den elektro schocker leider auch nicht mehr und dann müsst ihr den job dann noch mal neu am hausen aber ist wirklich ganz egal in welchen in welcher lobby ihr das macht und ja leute ich hoffe das video hat euch gefallen und wenn es denn so sein sollte würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr mal ein abo und ein like da lassen würdet und ja bis zum nächsten mal tschau tschau